Frau Winkelmeier-Wenzel, die Gemeinde Buch am Erlbach investiert kräftig in den Bau einer neuen Kindertagesstätte. Genau, wir investieren in weitere neue Kindergartengruppen und Räume und auch Krippengruppen und Räume, weil der Bedarf gegeben ist und da müssen wir weiter ausbauen. Was entsteht denn für eine Kindertagesstätte? Es entsteht eine gemischte Kindertagesstätte, in der Krippe und Kindergarten integriert ist. Die heißen die Erlbach-Trolle. Da ist auch gerade die Konzepterstellung und die wird ganz interessant. Und hier wird auch kräftig investiert am neuen Standort. Ja, es entsteht eine Modulbauweise, weil das die schnellste Art ist, Kindergartenplätze zu schaffen. Wir werden im Gewerbegebiet Niedererlbach diese Kindertagesstätte aufbauen. Da gibt es momentan ein Grundstück, das wir bebauen dürfen für diese Einrichtung und da sind wir guter Hoffnung. Wie schaut denn das neue Konzept aus? Infos dazu gibt es bei uns auf der Homepage und das genaue Konzept stellt Ihnen die neue Leitung dieser Einrichtung, die Lena Grünzinger, jetzt im Anschluss vor. Bei der neuen Kindertagesstätte ist die Rede von Modulbauweise. Muss mein Kind dann in einem Container spielen? Man darf sich das jetzt nicht vorstellen wie einen Container auf Baustellen zum Beispiel, der wirklich nur dazu gedacht ist, dass man sich da drin kurz aufhält, Stauräume hat oder Brotzeit macht. Sondern die kann man so ausstatten und so gestalten, dass das nicht mehr an das erinnert. Ich meine, das kann man machen, indem man mit den Möbel viel macht, indem man mit Farben viel arbeitet und so auf diese Art und Weise da halt ein Gefühl in diese Einrichtung zaubert. Auch wenn es aus Modulen besteht. Aber im Endeffekt sind das Räume, so wie in einem normalen Haus auch. Wie schaut denn die Konzeption der Erlbach-Trolle aus? Es entsteht ja eine neue Konzeption. Also es wird da was ganz Neues erarbeitet. So eine Konzeption entsteht ja immer in der Zusammenarbeit mit Mitarbeitern auch und mit dem Personal. Vorweg kann man einfach schon verraten und schon sagen, dass für uns ganz wichtig ist, dieses gemeinsame Entdecken und Forschen mit den Kindern. Und dass man sich mal überlegt, wo entdecken und forschen Kinder denn eigentlich den ganzen Tag. Und wenn man da sich mal ein bisschen mehr hineindenkt, dann kommt man eigentlich ganz schnell drauf, dass Kinder das in ihrem täglichen Dasein machen. Und zwar ist ein ganz leichter Zugang zu diesem Forschen und decken einfach auch die Elemente, die wir hier haben. Und damit machen die Wasser, Feuer, Erde und die Luft. Und diese Elemente sollen diesen Kindern auch begegnen. Nicht nur im Raum, man kann diese Elemente auch in dem Garten verankern zum Beispiel und dabei so in die Kinder Möglichkeiten kriegen, die Welt zu entdecken. Und werden dabei von uns als Pädagogen begleitet und unterstützt und vor allem in ihre Interessen wahrgenommen. Indem man wirklich schaut, was interessiert euch den und dass man dann darauf eingert, welche Impulse kann ich denn diesen Kindern geben und wie kann ich dieses Interesse der Kinder so aufgreifen, dass da was ganz Wertvolles daraus entsteht. Ein großes Thema in der Konzeption wird ja auch das Thema MINT spielen. Ein großes Thema in dieser Einrichtung wird auch das Thema MINT spielen. Manche sagt es vielleicht nichts, MINT hat ganz viel mit Entdecken und Forschen zum Dorr. MINT ist die Abkürzung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und wenn man mal überlegt, wo den Kindern so diese Bereiche begegnen, dann fängt es schon auch in der Früh, wenn die Zähne putzen und schauen, wie viel Schaum kann ich machen. Oder wenn die versuchen, an Wasserstrahl zu greifen beim Waschbecken oder den umzulenken. Also es fängt schon im Alltag von den Kindern an und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dass wir das begleiten und aufgreifen und den Kindern diesen Zugang auch ermöglichen zu diesen Themen. Und dieses Entdecker- und Forscherthema, das findet sie jetzt nicht nur in diesen Bereichen wieder, sondern man kann ja auch Sprache entdecken, man kann Wörter entdecken, man kann Zahlen entdecken, man kann Boden entdecken. In der Krippe zum Beispiel ist das ja alles viel kleiner, da können die Kinder, da fängt es auch, wenn die mit den Händen in die Erde greifen zum Beispiel, wenn die das fühlen oder wenn die Bauklötze stapeln zum Beispiel. Also ganz, ganz mini und klein gefasst und dieses Thema der Elemente, das findet sie ja auch in die Charaktere der Kinder wieder. Also es gibt ja Kinder, die sind ganz feurig und die brennen und die haben ein ganz starkes Temperament und dann gibt es aber Kinder, die sind vielleicht eher fließend und die sind eher ruhiger und haben einfach unterschiedliche Bedürfnisse. Und so zieht sie dieses Thema durch diese Einrichtung und die Pädagogik, durch die diese Einrichtung auch inspiriert ist, ist unter anderem die Regio-Pädagogik, die eben das Kind als einen neugierigen kleinen Forscher betrachten, dem er Kompetenzen zutraut, dem er zutraut, dass er lernen möchte und dass er die Welt verstehen will und dadurch, dass er eben, dass diese Kinder den ganzen Tag so viel entdecken und so viel erleben und Möglichkeiten haben, sie auszuprobieren. Und das haben wir uns eben zur Aufgabe gemacht. Für Kinder welchen Alters sind denn die Erlbach-Trolle geeignet? Also wir haben eine Krippe bei den Erlbach-Trollen für Kinder von einem Jahr bis drei Jahren und einen Kindergarten, in den Kinder gehen können vom Alter drei bis Schuleintritt. Warum wird es cool sein, ein Erlbach-Troll zu sein? Es ist cool, ein Erlbach-Troll zu sein, weil man die Möglichkeit hat, sie auszuleben. Man kann mit seinem ganzen Paket, kann man mit seinen ganzen Interessen und kann die da ausleben. Man kriegt die Möglichkeiten dazu und man wird wahrgenommen als eigenständige, neugierige Persönlichkeit, die lernen möchte, die die Welt verstehen möchte. Und was auch ganz wichtig ist, Spaß steht an ganz oberster Stelle und das ist uns ganz wichtig, dass die Kinder einfach einen Spaß da drin in dieser Einrichtung haben und dass sie sich wohlfühlen und dass sie da gerne hingegen.